hallo leute und herzlich willkommen auf meinem kanal ich will einfach nur mal ein bisschen was loswerden falls ihr euch gewundert habt dass in letzter zeit nicht immer jeden tag ein video kam und es auch videos gab wo die ingame tonspuren nicht ganz so zu hören war wie es sein sollte das sind alles probleme in letzter zeit gewesen mit denen ich gekämpft habe und das größte problem was das alles verursacht hat ist leider gottes familie weil naja in einem gewissen alter werden die eltern auch älter und man muss dafür sorgen dass eltern gut untergebracht sind und es ihnen auch wirklich gut geht das war in letzter zeit eine kleine herausforderung mit der ich gekämpft habe und deshalb konnte ich auch nicht immer und so viel videos machen wie ich gerne gemacht hätte weil mir einfach die zeit fehlt aber ich nebenbei noch gearbeitet habe arbeit in einem zweischicht system und das hat es einen hoch zu bringen und youtube und die videos war echt schon ganz fertig ja aber das ist das vergangene und das wichtige was ich euch mit erzählen wollte geplante sachen geplante sachen für die zukunft sind ich werde wieder regelmäßig videos bringen ich werde mehr an boxings machen als ich bisher getan habe es ist wieder eine box dazu gekommen und ich werde jetzt auch so ein paar andere an box zu machen lasst euch da überraschen wir werden sehen was da auf uns zukommt interessant ist ja wie ich gerade schon sagte eine box kommt dazu die get digital zum beispiel zum beispiel zum beispiel habe ich auch gewisse größere naja wie soll man sagen spielzeuge aus großen filmen wie star wars star trek oder marvel ja das sind so alles kleinigkeiten die in zukunft vor habe da ich jetzt meine zeit zum glück wieder etwas mehr einteilen kann und ja ich hoffe der kanal macht euch noch mehr spaß in zukunft und ich merke auch ich werde jetzt auch wieder locker und wir werden viel spaß haben denke ich mal das ist einfach so eine sache die man ja haben sollte wenn man das alles macht also videos produzieren gaming und alle sowas ich weiß ich bin nicht der beste gamer um gottes willen da gibt es weitaus bessere und weitaus coolere die das machen aber ich denke mal man sollte das alles mit einem gewissen naja auf die leichte schultern lustig sein dabei ein bisschen freude ausstrahlen und das wollen wir doch später alle auch genießen oder ja so viel zu diesem kleinen video das wollte ich mal gesagt haben und ich habe auch vor dem nächsten mal wieder eine verlosung zu machen da solltet ihr alle wieder dranbleiben habe ich schon ein zwei sachen im petto die ich machen will und ansonsten lasst euch überraschen das sollte nur ein kleine info sein dass wir ab heute wieder ein bisschen neu durch starten ich wünsche euch viel spaß auf dem kanal weiterhin und danke für alles leute ihr seid die besten meine community meine abonnenten das ist ich finde das cool die resonanz die ich kriege ist fast durchweg gut 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 jeder hat mal ein oder zwei daumen runter aber das liegt halt auf wenn das ich weiß nicht von 25 likes mal ein daumen runter das kann ja tragen damit kann ich leben das ist okay für mich und ja ich hoffe ihr habt verstanden was in vergangenheit mit mir los war und ich wünsche euch noch viel spaß bis dann